Die SDS braucht unsere Hilfe. Greifen wir als Team an. Das ist eine Shotgun. Okay, das ist sogar eine automatische Shotgun. Gut, das war es mit ihm. Nein, jetzt haben wir das Salbengewehr. Alter, ich kriege... Lungenkrebs! Alles klar, easy, kein Problem. Was ist das? Was passiert, wenn ich umschalte? Was ist das jetzt? Ach so, anderes Visier. Alles klar. Nein, nein. Ja, ich habe doch gehört, dass einer von hinten kommt. Okay, also. Oh... Ich würde die so gerne spielen, die Waffe. Also im richtigen... Oh, auf die freue ich mich schon. Auf die... Wie heißt die nochmal? Dieser Zukunfts... Zukunfts... UMP-Verschnitt da. HVK oder? Nee, irgendwas mit H. HVK ist COD. Also... Ist ja nicht so, dass das hier kein COD ist. Äh, Black Ops 3 meinte ich. Keiner. Alles klar. Nee, du snipest mich nicht. Ja! Ich habe 8... Ich habe keine Ahnung, bis wo das geht. Bis 18 oder so. Wir gewinnen den Kampf. Was ist das denn, Alter? Alles klar. Easy. Shotgun. 1, 2, 3, 4... Ich habe 4 Gegner nur. Alles klar. Kein Problem. Oh, das ist eine UMP! Das ist eine UMP! Geil. Aber scheiß Visier drauf, Alter. Wer spielt denn eine UMP mit Thermalvisier? Wer spielt überhaupt mit Thermalvisier? Aber eine UMP mit Thermalvisier... Alter! Wie viel muss denn in deinem Leben schiefgelaufen sein, damit man eine UMP mit Thermalvisier spielt? Ich traue mich gar nicht damit zu zielen! Alles klar. Was ist das? ARCOG oder irgendwie sowas. Auch das Visier hasse ich. Ich spiele immer nur, wenn dann, mit Rotpunkt. So. Type 2. Meine Waffen. Äh, meine Waffe. Deutsch kann ich nicht. Wisst ihr Bescheid? Was ist das? Das ist ein Sniper. Nein! Ach, das ist die M1, ne? Die DMR1 oder wie die heißt. Boah, guckt euch an, wie ich sie abrasiere. 15 Punkte habe ich schon. Ich sehe schon. Jetzt werde ich wahrscheinlich verkacken. Jetzt werde ich verkacken, weil ich hier so eine Sniper habe. Wobei, ich dachte schon, dass ich verkack bei der, äh... Nein, ich habe ihn getroffen. Ja! Löl! Als ob ich ihn getroffen habe. Was ist denn falsch mit dir? Äh, mit mir. Gib ihn mir! Jawohl, ich habe das Messer letzte Stufe. So. Lölmann hat auch ein Wurfmesser. Kann man damit auch? Ich glaube, das ist ein gutes... Oh, shit. Nein! Nein, scheiße. Zählt das auch, wenn ich mit einem Wurfmesser jemanden töte? Oder ist das einfach nur, äh, zur Not? Damit ich nicht sterbe. Ja, das war jetzt wichtig. Boah! Oh, das hat gezählt! Oh, das hat gezählt! Was? Boah, die Runde hat richtig geschockt. Was daran lag, dass meine Gegner nicht allzu viel konnten. Okay, hier, 13, der war schon weit, aber er, eins. Er hat einen. Er hat, er hat einen. Aber ich kenne das. Manchmal ist man halt ziemlich am Arsch, wenn man nicht, äh, früh weiterkommt und dann irgendwie bei der Pistole hängt und alle anderen haben schon Maschinenpistolen oder so. Gut, dann haben wir den Modus jetzt auch gesehen. War, äh, ein kurzes Gefecht, aber ich denke auch ein kurzes Video. Kann man ja mal raushauen. Und, ähm, ja, ich hatte Spaß. Ich hoffe ja auch. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und, ähm, dann sehen wir uns auch wieder im nächsten Video, aber nicht mehr in der Beta. Denn, ja, ich habe davon jetzt erstmal noch genug Videos. Und, ja, ich werde die so privat noch ein bisschen entspielen. Aber wenn das richtige Spiel draußen ist, dann geht es wieder los. Ist ja auch nicht mehr allzu lang. Welchen Tag haben wir heute? Den 23. Oktober. Am 4. Oktober kommt ja, äh, 4. 4. November kommt ja Infinite Warfare raus. Und dann wird es dazu auch Videos geben. Und natürlich auch zu Modern Warfare. Mal gucken. Also, auf jeden Fall. Aber, egal. Haut rein. Tschüss. Oke. Nurx. Wir spielen. Und... .